Viel Spaß beim Podcast mit Hugh Kösley, dem Ernährungsdiagnostiker aus Winterthur. Ich freue mich auf weitere Episoden des Podcasts im 2022. Mit diesem Podcast verabschieden wir uns und ich wünsche euch frohe Festtage, einen guten Rutsch und Just Feel Powerful. Vielen Dank, dass du mich empfangen hast. Wir sind hier im Erbse-Institut für Ernährungsdiagnostik in Winterthur. Das ist erstmal mega cool in Winterthur zu sein, mal einen Grund zu finden dafür. Da ist eigentlich die erste Frage immer schon brennend, erzähl uns über Ernährung. Aber in diesem Format, im JFP-TV-Format, möchte ich doch ein bisschen auch mehr über dich wissen. Wer ist Jürgen Kösley? Also erstens mal, schön seid ihr hier. Es ist auch schön von euch oder dich jetzt persönlich hier begrüßen zu dürfen. Ich schätze deine Arbeit sehr. Ja, wer bin ich? Ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der versucht in der Ernährung ein bisschen eine andere Sichtweite hineinzubringen, nämlich Daten. Wir in der Ernährung haben hier heute vielleicht die Waage, immer eine Pyramide. Und ich habe schon jetzt seit über zehn Jahren versucht, mit medizinischen Mitteln, Spiroergometrie, Blutanalysen usw. Daten zu sammeln, um wirklich eine evidenzbasierte Ernährungsberatung auch wirklich darstellen zu können. Und das sind weit über 15.000 Datensätze, die wir heute haben, die natürlich einen unglaublichen Schatz bilden an Wissen und an Erfahrung vor allem, um dann wirklich auch differenzieren zu können, wer braucht welche Ernährung. Ich glaube, wir alle haben immer ein bisschen recht, wenn es um die Ernährung geht, aber ich möchte eben auch wissen, warum funktioniert es beim einen oder anderen nicht. Also wer bin ich? Ich bin ein Mensch, der jeden Tag ein bisschen gescheiter werden will, der immer ein bisschen lernen möchte und nie zufrieden ist, weil da draußen noch so viele spannende Dinge auf uns warten. Und in der Ernährung habe ich das Gefühl, sind wir oft im Mittelalter. Das heißt, wir versuchen aus Alchemie oder auf Quecksilber noch Gold zu machen, immer noch ein besseres Pülfchen zu finden. Dabei wäre es eigentlich viel, viel einfacher. Ja, das ist eigentlich schön formuliert, aber sehr Bescheid wie immer. Du bist jemand, der immer noch dazulernen will. Ich glaube, das macht dich auch aus, weil die meisten Ernährungsspezialisten und Ernährungsberater, die ich auch kennengelernt habe, die auch teils meine Mentoren waren, haben mir immer ein bisschen, vielleicht unbeabsichtigt, aber ein Dogma gegeben. Stell das nicht in Frage, das ist so. Und ich habe dich jetzt vor sechs Jahren aufgesucht, damals 2015 als Athlet, und du hast mir schon ein bisschen die Wissenschaft hinter der Ernährungsdiagnostik erklärt. Das habe ich schon mega spannend gefunden, weil wie gesagt, du hast da nicht, das ist jetzt Low Carb, wobei wahrscheinlich Low Carb das Letzte wäre, das du empfiehlst, aber das ist nicht nur High Carb oder Low Carb, das ist nicht nur Ketogen oder Vegan oder Carnivore. Du hast immer so eine individuelle Lösung suchen wollen für jeden, und da kam ja das Testing auch dran. Bevor du, sagen wir mal, auf Erbse, auf Ernährungsdiagnostik gestossen bist, oder das auch, könnte man sagen, erfunden hast oder entwickelt hast, erklär uns oder erzähl mir bitte von früher. Wer warst du, mit 18, 19, oder hast du schon von Anfang an immer gewusst, das ist das, was du machen willst? Nein, überhaupt nicht. Also mit 18 Jahren, das ist schon zwei, drei Jahre her jetzt, mit 18 Jahren war ich, glaube ich, ein junger Herr oder Junge, wie ja viele andere auch. Ich habe viel Sport gemacht, ich habe da zum Altisten gespielt, auf Nationalliga-Ebene, habe täglich trainiert, zwei, drei Stunden, meine ganze Leidenschaft, Gymnasium war zu dieser Zeit, habe meine Sorgen gehabt und Nöte, aber glaube ich, wie viele andere. Ich glaube, ich habe dort schon versucht, meine Leidenschaft in verschiedenen Bereichen zu leben, in der Musik, in der Schule, natürlich auch im Sport. und ja, aber ich wusste überhaupt noch nicht, in welche Richtung das die Reise ging. Ich habe dann später auch studiert, mit 20 dann Germanistik, Geschichte, Konjunktionsphilosophie. Das alleine zeigt schon, also meine Reise ging eigentlich zuerst in eine komplett andere Richtung und eben nicht in die Ernährung. Aber da war ich, wie auch immer noch heute, ein ganz normaler Mensch. Und ich glaube, du hast etwas, möchte ich noch sagen, was du vorhin gesagt hast, oder? Dogmen. Ich glaube, ich möchte das auch, das habe ich selbst so erlebt, eben bei meinen Professorinnen und Professoren, ich möchte, dass meine Schüler mich irgendwann mal in Frage stellen oder schon im Lernprozess, weil das ist Wissenschaft. Ganz genau. Und so eben einen Schritt weiter zu kommen. Und darum, ich habe dort das Glück gehabt, in meinem Leben immer auf tolle Menschen zu treffen, von denen ich viel lernen durfte. Und die haben mir vor allem immer gezeigt, hinterfrag, schau hinter die Dinge. Und ich glaube, das hat mich am meisten geprägt, auch in diesem Alter, 18, aber auch noch bis zu 30, sicher. Würdest du sagen, du hast Germanistik studiert, aber auch, glaube ich, Geschichte? Allgemeine Geschichte. Würdest du sagen, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum du durch das Studieren der Geschichte gesehen hast, dass nichts immer eindeutig oder nichts immer in Stein gemeißelt ist? Weil das Wissen fehlt manchmal den Leuten. Und die Geschichte wiederholt ja einem immer wieder, dass man nichts wirklich weiss. Also das ist ja viel Eins und viel Zwei an der Universität. Und genau das ist richtig, was du sagst. In der Geschichte musst du die Dinge nochmals päpstlicher als den Papst darlegen, untermauern und so weiter. Und es ist ja in der Ernährung noch komplexer. Das ist der Mensch. Und wir können nie entscheiden, ist das eine Ernährungsmassnahme, eine Trainingsmassnahme im psychologischen Hintergrund. Und dieses Multifaktorielle, das ist absolut richtig, ist aus dieser Zeit. Und das habe ich natürlich übernommen und ich habe sehr viel gelernt dadurch. Eins, wo mich brennend interessiert, ist natürlich, wie kommst du zur Wissenschaft? Schlussendlich hast du ja auch jetzt erzählt, du warst ja eigentlich an einer Sinnfindung. Also du warst ja wirklich mehr so the purpose of life in den jungen Jahren am finden wollen. Sport, auch Kunst, Musik. Weil das ist ja eigentlich auch eher die Schiene, die ich gefahren bin. Wie ich zum Fitness gekommen bin, kann ich dir auch sagen. Aber es war spannend, weil es war nie wirklich die Wissenschaft, die mich da gelockt hat. Wie war es bei dir? Wie kommst du denn schlussendlich, dass du denn wirklich Sportwissenschaften oder Ernährungswissenschaften in deinem Alltag integriert hast? Ich habe, glaube ich, mit 17, 18 bin ich das erste Mal ins Krafttraining gekommen und bin nicht mehr wegzudenken aus dem Gym. Ging mir auch so. Genau, es ist einfach geil, weil sich spüren ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Und das auf verschiedene Arten und Weisen. Ja, aber dann, wenn du im Leistungssport bist, ich habe dann das Glück gehabt, da auch noch als Trainer arbeiten zu dürfen im Tischtennis, dann merkst du einfach, da musst du mehr, die Ernährung ist ein ganz wichtiger Teil. Dann habe ich die erste Firma gegründet im Nahrungsergänzungsbereich. Das war dann schnell sehr langweilig, weil es einfach begrenzt ist. Irgendwann erkennst du alle Pülferchen und dann geht es einfach nicht weiter. Und dann bin ich weiter in die Wissenschaft hineingekommen. Also das heißt, das hinter den Dingen stehende, die Daten, auch im Bereich der Ernährung, ein bisschen mehr rauszukitzeln. Dann hast du immer wieder Studien, die sich direkt übersprechen, warum ist es so. Und daraus nachher eben ein System zu entwickeln, das war für mich immer das Faszinierende, was dann plötzlich alles erklären kann. Ja. Also diese eierlegende Wollmilchsau. Genau. Und das gibt es eben. Ja. Aber das braucht künstliche Intelligenz. Also du sprichst schon ein Thema an, das ich wahrscheinlich noch nicht finden werde in Sachen Trainingsphilosophie, Trainingslehre. Bei der Ernährungswissenschaften, da glaube ich dir sofort, weil ich habe dir auch deinen Werdegang gesehen. Ich glaube, was ich auch bei dir gesehen habe, ist, du wolltest ja wirklich auch Klarheit schaffen. Und eine logische Erklärung in der Wissenschaft ist ja meistens leicht zu finden, wenn man nichts hinterfragt. Und du hast ja immer wieder hinterfragt. Am Anfang habe ich dich kennengelernt sogar durch einen Facebook-Post, wo du ein paar Dinge kritisiert hast, wo ich gedacht habe, oh, wer ist denn das, dass er das kritisiert? Ich war in dem Moment sogar am Lernen. Das war in die klinische Psycho-KPNI. Die Abkürzung muss ich jetzt nicht mehr nennen. Sonst könnte ich sie nicht. Aber das war das Feld, wo mich extrem geprägt hat damals. Und du kommst und sagst, nein, bei Sporten ist das so und so. Und dann habe ich gedacht, wow, okay, hey, du öffnest mir die Augen. Teils natürlich, das ist deine Meinung. Jeder hat seine Meinung. Aber teils, du hast auch die Daten. Du lieferst ja tatsächlich die Daten dafür. Und das hat mich wirklich schon damals beeindruckt. Vor allem, es ist in jedem Feld so, dass wir nicht mehr hinterfragen. Wir sind übersättigt mit Informationen. Aber habe ich das Gefühl, wir wissen jedes Mal immer wie weniger. Wir haben zwar alle Informationen da, aber wissen tatsächlich immer wie weniger. Ist das vielleicht das auch ein Mitgrund, warum du dann deinen Erfolg gehabt hast, wo du gemerkt hast, hey, du schaffst einen roten Faden für alle Leute, die sich für Ernährung interessieren. Du schaffst Klarheit. Oder wie kannst du dir das erklären? Klarheit in der Ernährung ist unglaublich komplex. Und das schaffen wir eben nicht immer. Und das ist schade. Auch Kundinnen und Kunden haben immer wieder eine Ernährung, ein Leben. Und plötzlich haben sie Stress und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Und genau das möchte ich aber den Menschen zeigen über Datenlagen. Natürlich ist es dann so, jeder Mensch hat halt nicht einfach einen normalen Weg oder ist irgendwie ein System, das dann irgendwie Low Carb oder High Carb braucht, sondern es ändert sich auch mit dem Alltag. Genau, das ist eigentlich der Punkt. Und für diese Menschen immer dann auch eine wandelnde Lösung zu finden. Das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Ja. Weil es gibt halt verschiedene Faktoren, die man hier einbeziehen muss. Und ja, aber das ist das, was mich eigentlich fasziniert hat, auch an der Ernährung. Weil so viele Faktoren eben reinspielen. Und wenn du die eben mal gefunden hast, welche Faktoren das da sind, dann weisst du eben, was da reinspielen kann. Dann kannst du es dann eben auch erfassen. Und dann kannst du dieses System bestimmen. Also neuronales Netzwerk, mathematisch, und dann künstliche Intelligenz und Vollgas und so ist das Systemanschluss, hat am meisten Daten und mit höchster Wahrscheinlichkeit ist das das Richtige. Ja. Aber das heisst nicht, dass ich dann immer recht liege. Aber es ist, so wird das System in Selbstlernen immer besser. Und irgendwann mal haben wir ein System, das, glaube ich, recht gut ist im Vergleich zur herkömmlichen Ernährung, die leider heute in den Fachhochschulen immer noch gelehrt wird. Ja, du sprichst etwas anderes, was ich damals schon gemerkt habe, und zwar sind diese alten Ernährungspyramiden, diese alten pauschalen Empfehlungen, zum Beispiel einer davon ist, nach sechs Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen oder am besten gar nichts mehr, hungrig ins Bett gehen, weil im Schlaf wird ja fett verbrannt, am Morgen zum Beispiel nüchternes Cardio, all diese, diese Dogmen für mich, diese nicht in Frage stellen wollende Dinge. Du hast ja damit schon etliche Male aufgeräumt, auch in Instagram-Videos, auch in Storys, weil dich die Leute das ja immer wieder fragen. Du hast jetzt schon angesprochen, das AI, das Künstliche Intelligenz, du hast das jetzt schon integriert bei euch im System, so wie du mir es erklärt hast, und das ist jetzt auch verfügbar für euch, für Neukunden und für eure Trainer oder Diagnostiker. Ja. Super, wie lange hat das gedauert? Elf Jahre. Das war meine Abschlussarbeit an der Hochschule. Wahnsinn. Und ich habe das einfach nie, also ich wurde dort schon als Phantast angeschaut, aber heute glaube ich, dass wir in zwei, drei Jahren einfach den Beruf eines Ernährungsberaters, Beraterin, komplett neu schreiben werden, weil das System wird zielgerichteter sein und wird jede Woche die optimale Lösung bringen aufgrund dem Trainingsprozess, neuen Daten, Regenerationsprozess, psychologischer Stress, Schlaf und so weiter. Das heisst, die Ernährung wird sich wandeln und mit der Zeit ist es aber wichtig, der Berater muss einem Menschen ein Gefühl für sich selbst wieder lehren. Ja. Es kann nicht sein, dass eine Maschine oder eine künstliche Intelligenz über uns bestimmt, sondern sie muss nur zeigen, was die optimale Lösung ist und der Berater muss hingehen und zeigen, warum ist das so. Genau. Erkenntnis für den eigenen Körper ist im Zentrum und eben nicht eine Steuerung von aussen. Das ist krank. Ja. So erklärt finde ich das faszinierend, weil hättest du mir jetzt nur gesagt, eben die künstliche Intelligenz, ein System, das dir die optimale Ernährungsweise auflistet, hätte ich auch geschmunzelt, hätte ich gesagt, aber das ist einfach nur wieder eine Verlagerung der Verantwortung. Das genau. Viele machen das ja auch. Viele gehen zu mir zum Beispiel auch beim Coaching oder als Ernährungsberater, wo man sich auch betiteln darf nach einem Abschluss und sagen, ja, mach mir einen Plan. Und ich war von Anfang an instinktiv dagegen, Pläne zu schreiben und ich bin sogar bekannt geworden, dass ich nie gerne Pläne geschrieben habe oder sogar zu spät geschickt habe, weil ich war mir nicht schlüssig, was in den Programm reinkommt, weil ich musste so viel noch wissen von der Person. Und mittlerweile habe ich das fast gar nicht damit aufgehört. Ich berate die Leute nur, hey, schau auf deinen Schlaf, wie fühlst du dich am Morgen früh, wie oft hast du Wasser gelassen am Abend. Also von drei Fragen zum Beispiel über 50 Fragen, die sich die Leute gar nicht stellen. Sie erwarten einfach nur, dass es einen Plan gibt, weg von der Verantwortung und wenn sie diesen Plan befolgen, wie in der Schule, eine Schulnote bekommen, das ist dann ihr Sixpack oder ihr Wohlfühlgewicht. Du hast ja etwas anderes gesagt vorhin, was sehr, sehr wichtig ist. Wir haben so viele Daten und keiner Mensch versteht diese Daten. Und dann hast du plötzlich schlecht geschlafen und die Uhr sagt, boah, du hast super geschlafen. Oder umgekehrt. Und man versteht das nicht mehr, weil diese elektronischen Systeme werden durch den Menschen nicht mehr richtig nachvollzogen. Man versteht die Fehler nicht mehr. Und das ist genau, was mein Job ist, als eigentlicher Entwickler eines solchen Systems. Ich muss die Daten so zusammenfügen, dass es dann stimmig ist. Und du sagst es ebenfalls richtig. Du sagst 50 verschiedene Daten. Wir messen ja auch psychologische Fragebögen und jeden Sonntag wird er automatisch verschickt, kommt rein und dann passiert etwas im Hintergrund. Diese Prozesse müssen im Zentrum sein, um einem Menschen auch immer wieder zu zeigen, schau momentan, wirst du zunehmen. Süsslust, warum hast du das? Weil Symptomatiken, der Körper spricht mit uns, will uns ja eine Meldung geben, und du schau jetzt bitte mal auf, auf das und das oder schlechter Schlaf, bitte trainier ein bisschen weniger oder geh mal spazieren vor dem ins Bett gehen. Und der Berater hat diese Funktion. Das heisst, dieser Job wird sich komplett wandeln in den nächsten Jahren, weil die Maschine besser sein wird, aber das Menschliche muss im Zentrum sein. Darum möchte ich als Kunde nie den eigentlichen Kunden, sondern den Berater. Ich möchte sein Leben vereinfachen, damit er Mensch sein kann. weil ich will ja Menschen für Menschen zusammenbringen, dass es eigentlich Facebook mal wollte. Aber ich möchte diese Verbindung schaffen, dass eine emotionale Zusammenkunft geht und plötzlich auch mal erklärt wird, warum ist das so. Und der Rest macht nachher ein System. Daten werden nicht mehr verstanden heute. Ich glaube, das richtige Wort wäre wahrscheinlich eben ein Tool, ein Werkzeug. Du gibst den Beratern neue Werkzeuge. Richtig. Die alten Werkzeuge wären dann halt die schon ein bisschen nicht updateten Bücher und wie gesagt, das, was in den Schulen auch noch beigebracht wird. Mit was hast du am meisten Mühe, würdest du jetzt sagen, in alltäglichen Situationen, wenn es darum geht, was Leute über die Ernährung wissen oder eben nicht wissen? Hui, da haben wir viel Zeit. Ich glaube, ich habe Mühe, wenn Menschen ein Dogma einfach pauschalisiert herumposaunen und da ist einfach Instagram wirklich ins Ammelsubrium, das tut mir einfach weh. Weil da geschehen so viele Fehler nachher und das kann einfach nicht angehen. Low Carb. Es gibt Menschen, die funktionieren perfekt. Andere High Carb. Jetzt ist die Frage, warum? Das Problem ist, Instagram ist zu wenig differenziert. Ich versuche das auf meinem Kanal ein bisschen differenzierter zu bringen. Aber das ist dann auch schwierig, wenn du ein bisschen mehr Judi und Tralala machst, dann bist du gleich erfolgreicher. Aber ich will mal sagen, dieses undifferenzierte, eintönige Nachplappern von Kalorienreduktion, Kohlenhydratreduktion, abends keine Kohlenhydrate mehr, diese ganzen Geschichten, das ist das, was seit zehn Jahren erklärt wird und seit zehn Jahren für viele Menschen richtig, aber auch für viele Menschen eben falsch ist. Ein Thema, wo mir jetzt gerade einfällt, beziehungsweise habe ich es mir schon aufgeschrieben, darum habe ich ja einen Laptop hier an, nicht, weil ich da YouTube noch reinschaue. Ein Thema ist der Erfolg. Viele Menschen wissen gar nicht, was eigentlich Erfolg bedeutet. Zum Beispiel kommen sie und wollen einen Trainingsplan und ihr Erfolg ist es, sie wollen zehn Kilo weniger Fett und vielleicht gleichzeitig auch noch fünf Kilo mehr Muskeln. Aber du hast ja eben auch sehr viel mehr Bedeutung auf den Weg gelegt, weil die Schlafqualität, Hirnleistung, Wohlbefinden, Erholung nach dem Training, Leistungsfähigkeit im Alltag, Leute vergessen, dass das auch ein Teil des Erfolgs ist und nicht einfach nur, okay, Calories runter, Bewegung rauf, bis du dein Gewicht erreicht hast. Und das wäre ja diese altmodische Denkensart, die ich selber total verachte, weil das immer wieder erklären zu müssen, hat mich darauf gebracht, dass ich dann ein Video für die meistgestellten Fragen immer habe. Kalorien, ja oder nein? Soll man sie zählen, soll man sie nicht zählen? Da ist meine Frage natürlich auch an dich. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand dir sagt, aber Moment, es hat ja alles nur mit Kalorien zu tun. Wenn man in einem Defizit ist, dann nimmt man ja ab. Was falsch ist. Komplett falsch. Aber das Problem ist, was braucht ein System? Es gibt ein System, wir können das messen, wir haben hier Geräte über Sauerstoffverbrauch. 2000 Kalorien bringt das System mit normaler Schreibtischarbeit zum Beispiel. Gibst du dem Menschen diese 2000 Kalorien, nimmt er aber zu. Warum? Weil es eben nicht in der Zelle ankommt. Das heisst, die Speichermöglichkeit der Zelle ist schlecht aufgrund von zu viel Stress, zu viel Training, Alltagsstress, schlechter Schlaf und so weiter. Das heisst, ich kann maximal vielleicht 1650 Kilokalorien geben, sonst nimmt mir dieser Mensch zu. Oder wir haben jetzt auch eine Messung bei 1000 Kalorien, der ist aber super fit. Das heisst, wenn der ein bisschen Sport macht, wird er eben nicht normal mehr verbrauchen, sondern deutlich mehr. Das heisst, wenn du dem dann nicht 2200 oder 300 Kalorien als Basis gibst, dann wird er eben seine Leistungsfähigkeit nicht verbessern können. Das heisst, diese Kalorienmengen sind sowas für das Klo. Ja. Die sind so schlecht und so falsch. Wir haben Algorithmen entwickelt, wo wir aufgrund der Datenlage den Menschen auch genauer zeigen können, du darfst diese 2000 Kalorien gar nicht essen, weil du nimmst zu. Wir haben Jahre Probleme gehabt mit Menschen. Zum das ihnen vorzeigen. Ja, wir haben denen das nach wissenschaftlich besten Möglichkeiten, genau, die haben zugenommen, wir haben es nicht verstanden und heute sehen wir das, also Kalorienmenge, das ist so ein alter Zopf und der muss endlich abgehauen werden, das ist völliger Blödsinn. Da kommen ja auch noch Dinge ins Spiel, wie das Mikrobiom, wie geht jemand aufs Klo, wie wird es verdaut oder nicht nur wie kommt es rein, sondern wie kommt es wieder raus. Die Hormone, die Dinge misst du, glaube ich, auch bei euch, Blutfettwerte. Also das alles ist so ein kompliziertes Fach mit so vielen Faktoren, wo dafür nichts, du kannst es nicht in einem Gespräch einfach nur beantworten. Zum Mikrobiom, ganz spannende Geschichte, weil das war zum Beispiel auch KPNI, die Geschichte. Ein Darm ist wie ein Anführungszeichen Vergleich, ist das nicht da wie ein Bizeps. Das heisst, du kannst mit vielleicht fünf Kilo, kannst du hier sicher 15 mal diesen machen, aber du kannst es nicht mehr 50 Kilo. Das heisst, der Darm hat einen Aerob und einen anaeroben Stoffwechsel, Sauerstofftransport, also Sauerstoffstoffwechsel oder anaerob, dann gibt es eben Milchsäure. Ein Darm produziert mehr Laktat, Milchsäure, daraus gibt es dann Laktat, als einen Bizeps zum Beispiel oder einen Oberschenkelmuskel. Wissen viele nicht. Das heisst, wenn jetzt ein Darm zu wenig Sauerstoff bekommt, weil zum Beispiel Überlastung des Systems, dann wird eben der Sauerstofftransport schlechter, dann wird dieser Darm schlechter belüftet, wenn man das so sagen darf und dann werden sich auch die Bakterien im Inneren automatisch verändern, mehr anaeroben Bakterien und dann haben wir ein Problem. Das heisst aber, wo beginne ich jetzt? Zum Beispiel, wenn jemand zu viel trainiert, kann es automatisch zu Problemen im Darmbereich kommen, reduziere ich das Training, ist alles wieder weg. Was viele nicht assoziieren damit. Genau. Das heisst, weil wir eben auch die ganze Geschichte rundherum anschauen, können wir genau auch entscheiden, welches System ist eigentlich im Mainpass. Wir schauen ein System, ein menschliches System, wie ein Ingenieur, eine Brückenbauern. Ja. Oder du weisst, genau dieser Pfeiler ist das eigentliche Schwachpunkt, das heisst, wir machen dort eine Stütze. Und ich gehe an einen Menschen, schaue die Einzelteile, Muskulatur, Herz-Kreislauf-System und so weiter, Niere, Leber an und weiss nachher genau, schau, wir müssen den Darm zum Beispiel stützen, indem wir den Sauerstofftransport über ein Intervalltraining verbessern oder ein Schwellentraining. Ja. Herz-Polen-Problem kommt, geht hoch. Ja. Oder da ist mehr Sauerstoff zum Darm, automatisch weniger Problem, Problem gelöst. Und das ist eben das Geile. Mit Daten kann man so viele spannende Geschichten dann eben erstellen und dann muss man nicht eben mehr diese alten Zöpfe tausendfach wiederholen, sondern wir können neue Dinge entdecken, wenn wir die Interaktion im Körper eben auch sehen und offenlegen können. Es ist jedes ein Puzzle und darum macht es mein Leben so spannend. Ja, ich merke es gerade, du bist nicht wieder, das immer wieder zu wiederholen. Das ist super. Das freut mich ja auch, das sieht man ja auch immer wie seltener. Ich glaube auch etwas, was du als Phänomen mehr als genug gesehen hast, ist natürlich, dass in unserer Branche, in unserer Gesundheits- Schrägstrich-Fitness-Branche die Burnout-Rate natürlich sehr hoch ist. Man kommt als leidenschaftlicher Berater, Trainer, Coach, aber man findet halt nicht den gewünschten, das gewünschte Produkt, den gewünschten Erfolg auch als Berater. Wie hast du es dir, neben dem, dass du natürlich Erfolg gehabt hast, finanziell, geschäftlich, persönlich auch, wie kannst du dir erklären, dass du nach all den Jahren immer noch so leidenschaftlich dabei bist? Ich glaube, weil ich einfach einen sturen Kopf habe. Ich bin stur wie eine Sau und habe einfach Spass in dem, was ich mache. Ich liebe, glaube ich, mein Fach und auch die Menschen. Und ich glaube, ich habe aber auch eine Gegenwelt, Training, meinen Hund, Spazieren. Habe ich auch kennenlernen. Ja, genau. Also das ist alles. Momentan arbeite ich jetzt für ein Jahr nur morgens, am Mittag nicht mehr. Mache jetzt wieder ein Projekt, ein Sportprojekt. Habe ich schon gesehen, ja genau. Für mich ist das auch wichtig, sich selber wieder mal zu spüren und einfach eine Auszeit zu nehmen, um dann die nächsten fünf, sechs Jahre wieder Vollgas zu geben. Das finde ich echt spannend. Wie bist du auf deine Work-Life-Balance, wenn du es so beschreiben kannst, wie bist du auf die gestossen? Hattest du sie schon immer oder hast du auch den Fehler gemacht, dass du gegen die Wand gefahren bist? Ja. Schon. Ziemlich oft Kopfschmerzen gehabt. Aber wenn du dann eben nicht lernst, dann hast du… Dann kommt der Burner. Ja, dann habe ich meinen Job verfehlt. Ja. Das heisst eben, also ich habe jetzt auch gemerkt, so, mir geht es nicht mehr so gut, ich spüre mich nicht mehr so gut und dann habe ich Telefon in die Hand genommen, Sekretariat, es wird alles abgesagt. Ja. Es ist wichtig, dass man auch dann eben nicht nur handelt, sondern ja, nächstes Jahr im Frühling, weil dann ist es zum Teil schon zu spät. Ja, weil teils ist es ja das, was du auch deinen Kunden richtig, genau. Sehr spannend. Vielen Dank für die Einsicht in das Ganze. Gehen wir, eigentlich sind wir schon lange in dem Thema, aber gehen wir mal zur Psychologie und zur Physiologie rein. Die Dinge, die Themen, bei denen wir auch ein bisschen brennen, weil ich bin auch von der Psychologie eigentlich schon fasziniert gewesen seit meinem ersten Tag im Fitness. Mir ist es eigentlich auch wie dir damals ergangen, dass ich angefangen habe mit 18. gerade im ersten Tag, wo ich 18 wurde, habe ich mein Fitness-Abo gelöst. Seitdem bin ich ja dort hängen geblieben scheinbar. Mich hat es erstaunt, dass wir wenig sehen, dass Jugendliche aus diesem Grund eigentlich Fitness machen. Es ist immer noch sehr oberflächlich. Man will immer noch die Physik ändern, man will immer noch nach außen stärker, anziehender wirken, aber die Psychologie ist so, so viel spannender. Wir haben Muster, die können wir durchbrechen, indem wir uns disziplinieren. Wir haben auch Muster, die können wir selber entdecken, wo wir gar nicht wussten, dass wir sie haben, durch Training, durch Erholung, durch zu viel Stress und auch wieder bessere Erholung. Wie hast du den Punkt da oder die Verbindung da selber entdeckt bei dir, bei der Ernährung? Weil meines Erachtens war es so, dass ich damals, wo ich mit dem Ernährungscoaching, Weiterbildung angefangen habe, nicht viel über Psychologie gelernt habe. Damals war es wirklich nur, was ist auf dem Teller? Die Verbindung, wie zum Beispiel Sympathikus, Parasympathikus, war ein bisschen angesprochen. Ja, man sollte sitzen während dem Essen, man sollte entspannt essen, aber die Erklärung, dass das die Psyche auch beeinflusst oder die Psyche die Verdauung beeinflusst, das war vor jetzt bald zehn Jahren nicht wirklich relevant. Wie bist du darauf gestossen? Also ich bin natürlich vorbelastet auch durch die Kognitionstheologie, die Entwicklungstheologie, die ich studiert habe. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der immer auch den Menschen und seine psychologischen Fähigkeiten und seinen Zustand ins Zentrum gestellt habe. Aber eigentlich, ich habe gemerkt, dass Menschen im gleichen Setting plötzlich komplett anders reagieren. Und dann brauchst du eine neue Variable. Und diese Variable war dann halt die Psyche. Und mit der Psyche gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen Zeitpunkt, aber es gibt dann auch die Motivation, die Bedürfnisse eines Menschen, also Pavlov, äh, nicht Pavlov, Maslow. Maslow, ja. Und diese Bedürfnissebenen, die haben wir umgesetzt. Wir haben Motive, Bedürfnisse, analysieren wir heute und sehen aufgrund von verschiedenen Motivationen das Mindset, die Architektur des Kopfs und des Körpers dazu, Architektur des Fahrzeugs, des Körpers, sehen wir, wo gibt es ein Problem. Das heisst, ich kann dir anhand von, dieser Mensch muss nicht mal sprechen und ich weiss, wie sein Leben ist. Der Kopf Ferrari und der, der, der Körper Fiat Punto, du weisst immer Vollgas mit 50 in Herzinfarkt. Aber er wird nie glücklich sein, weil er will immer Vollgas geben, der Körper liefert ihm das aber nicht. Das heisst, er wird immer unter Wert geschlagen. Das heisst, diese Verbindung war dann plötzlich spannend, weil ich habe dann eben diesen psychologischen Zustand wollte ich Facetten geben, weil auch dort musst du in die Tiefe gehen, sonst wird es dann nicht spannend. Natürlich schauen wir Schlafqualität, Präsenz, mentale Präsenz, das hast du sehr schön gesagt vorhin, verschiedene Faktoren Emotionalität an im Verlauf des Jahres, über Fragebogen, aber eben auch, wie kommt es dazu, dass sich jemand überlastet. Das heisst, dieses ganze Konstrukt zwischen Kopf und Körper, Austausch zwischen beiden Fahrzeugen, zwischen beiden Architekturen, das ist eigentlich das Spannende und wir haben gesehen und mit diesem eigenkonstruierten Fragebogen, wir können nur schon mit dem ganz viele Erkrankungen praktisch wie vordiagnostizieren, bevor wir überhaupt eine Anamnese machen, weil ich genau weiss, okay, Mensch spürt sich nicht, schlechte Selbstwahrnehmung, will Vollgas geben im Leben, Tickende Zeitbombe, trainiert viel zu viel, isst viel zu wenig, dann meistens Autoimmunerkrankungen und so weiter. Du sagst es richtig, Tickende Zeitbombe, aber wir wissen auch, wo, dass es eben genau passiert. Ja, weil das war jetzt, glaube ich, in den 80er Jahren die sogenannte Manager-Krankheit, die Herzinfarktrate war ja dort eigentlich nur bei den Managern hoch, jetzt haben wir ja eigentlich die häufigste Ursache für eine Herzerkrankung ist Stress und sich nicht spüren und das haben jetzt nicht Manager, das haben jetzt sogar auch normale Angestellte. Das ist das Krasse, das ist mir auch aufgefallen. Warum werden wir immer klüger, Jürg? Warum werden wir immer klüger, aber immer ungesünder? So scheint es mir. Die Logik ist klar, ein Mensch ist unter Stress. Wir wollen kompensieren. Also wenn ein System, ein biologisches System aus dem Gleichgewicht fällt, will es ein Kompensationsmuster machen. Die einen kaufen und ein elektronisches Gadget oder die anderen Schuhe oder andere wiederum oder das heisst andere wiederum Treibensport. Das heisst, sind wir im Stress, müssen wir noch zusätzlichen Stress haben, um uns wieder zurückzubringen in den gleichen Zustand. Vielleicht ein bisschen komplex, aber… Nee, gar nicht. Das kommt mir so ein bisschen schon in einer Borderline gestörten Verhalten vor, weil das ist ja eigentlich auch diese selbstdestruktive, die Ader, die man auch manchmal hat. Also ich habe jetzt gerade ein Bild vor Augen, wo du gesagt hast, eben man hat Stress und man macht noch zusätzlich Stress. Ich glaube, dann fühlt man sich, man sucht sich den Stress ja auch aus, den man jetzt selber noch will. Ich möchte es mal anders darstellen. Hast du zehn Personen und die haben 30 Stunden Arbeit in der Woche, viel Freizeit und können spazieren und die anderen müssen Vollgas arbeiten. Wer von denen kauft mehr Kleider, mehr Schuhe, mehr elektronische Gadgets. Logisch, die, mit denen wir arbeiten, als Kompensation, sich selbst bestätigen. Das heisst, die ganze Gesellschaft funktioniert nur aufgrund einer Überlastung. Das heisst, wir haben das Gefühl, wir brauchen so viel, um überhaupt zu überleben, dann kompensieren wir wieder und das macht uns wieder leer innerlich, da arbeiten wir mehr, um noch mehr zu arbeiten und uns Dinge kaufen zu können. Und das ist unglaublich, wir werden immer leerer. Wir wissen immer mehr, in Anführungszeichen, aber wir verlieren unsere Basis des Lebens. Das ist nämlich die Zufriedenheit. Und durch das leben wir nicht mehr, sondern kompensieren. Ja. Das kannst du zeigen. Das können wir zeigen in der Physiologie. Wenn ein Körper nicht in sich ruht, wenn ein Stoffwechsel kaputt ist, das kann es nämlich sein, dann wird dieser Mensch schneller zu einem Berliner greifen. Dann wird er automatisch schneller eine Angststörung bekommen oder innerliche Unruhe haben. Reduzieren wir das über das richtige Training, Ernährung und auch Abgrenzung, dann wird er aber keine Bedürfnisse mehr haben, wieder die ganze Welt zu retten oder Schuhe zu kaufen. Das ist ein komplett anderer Prozess. Dort, das ist eben, das ist unglaublich spannend, wenn du dort wirklich in die Tiefe kommst. Und dann beginnst du eben die Ernährung zu sehen als eines von vielen Teilen und dort ist eben dann auch die Arbeit spannend. Ja. Also ich bin schon jetzt schon begeistert. Ich muss mich ein bisschen fangen. Die Fragen müssen gestellt werden. Hier kommt noch eine Frage über Psychologie. Deine Erfahrung oder deine, wie gesagt, deine Erfahrungen in den Daten, die du gesammelt hast im Thema Magersucht. Dieses Thema ist natürlich auch präsent in der Fitnesswelt. Man meint es kaum, aber sehr viele Ex-Magersüchtige fliehen in den Fitness-Sport und sind süchtig nach Fitness. Was könntest du denen sagen von deiner Erfahrung her? Das ist eines der spannendsten Themen, weil wir das sehr, sehr tief eben auch analysiert haben. Die praktisch 90 oder mehr Prozent haben alle die gleichen Störungen. Eine unglaublich hohe Physiologie, großes Herz-Kreislauf-System, gute muskuläre Regeneration. Die spüren sich in extrem ist. Kompensieren mit Leistung, aber nicht sich selber belohnen. Das heisst, sich selber nicht essen, sondern eben leisten zu wollen. Dadurch wird der Stoffwechsel immer einseitiger. Anaerob immer schlechter. Das heisst, der Körper kann nicht mehr an die Grenzen gehen. Und dann beginnt eben etwas ganz Spannendes zu passieren. Diese Menschen hören dann das Gras wachsen. Das heisst, sie sind hochsensibel für Stress und wenn sie aber im Stress sind und sich extrem spüren, dann gehen sie immer wieder, weil sie psychologisch hochstrukturiert und hochkontrolliert ist, immer wieder in die Kontrolle hinein. Das heisst, sie kommen aus dem Ganzen rein biopsychologisch gar nicht mehr raus. Der Stoffwechsel müsste komplett verändert werden. Das können wir machen. Das heisst, zuerst eine Stoffwechseländerung und dann Psychotherapie. Aber diese Stoffwechseländerung, wenn die nicht passiert, wirst du immer wieder, weil man wird so dünnhäutig. Das heisst, das wissen die auch. Es passiert nur etwas, es spannt ein bisschen die Hose, dann gehen sie direkt wieder in andere Muster. Und das können wir umprogrammieren über den Körper und eben nicht nur über den Kopf. Und diese Interaktion ist im Zentrum unglaublich spannend. Leider zu wenig. Wir machen das jetzt seit zehn Jahren, analysieren, wie sie zustände. wir verwenden es intern, müsste man auch in der Fachhochschule mal ein bisschen beibringen, was da alles die Zustände sind. Aber wir sehen das schon vorher, wenn das in diese Richtung geht. Aber ich glaube, das hat sehr viel mit Genetik, natürlich auch mit der Jugendzeit zu tun, das müssen wir nicht diskutieren. Aber die haben alle die gleichen Muster. Hochsensibel, hochenergetisch, hochkontrolliert, strukturiert und dann leistungsorientiert und nicht belohnungsorientiert. Und irgendwann bist du im Loch und du kommst nicht mehr raus, auch weil du immer zu sensibel bist, auch wieder Stress. Du fällst immer wieder um. Das braucht eine so hohe Anstrengung und ich möchte jedem und jeder nur hochgradig gratulieren, die es eben schafft. Das sind echte Weltmeister und Olympiasieger für mich. Ja, weil der Kampf ist fast... Ja, absolut. Wirklich schön. Also ich finde es allgemein sehr inspirierend, wenn ich höre von dir, dass du nicht nur Sportler immer noch bei dir hast, sondern wirklich auch die Leute, die, sagen wir mal, am dankbarsten sind, weil du ihr Leben rettest. Ich gebe die Sportler ab. Das interessiert mich nicht. Aber du warst lange Zeit wirklich sehr, sehr... Aber heute... ...passionate. Ja, also immer noch. Ich habe immer noch ein paar, aber das ist nicht meine Passion. Wenn du jemanden hast, der eine entzündliche Erkrankung hat und du merkst plötzlich, welchen Weg du gehen kannst, auch mit dem Training. Und du merkst, plötzlich ist der schmerzfrei nach einer gewissen Zeit, dann ist es doch viel, viel wichtiger, als wenn jemand einen Olympiasieg gemacht hat. Eine Medaille mehr hat. Vor allem, wenn du dann merkst, okay, beim zweiten, beim dritten, beim vierten funktioniert genau der gleiche Prozess, weil dann hast du eine neue Leitlinie, die du entwickelst, bei der du wirklich allen helfen kannst. Mein Ziel ist es ja nicht nur einer Person zu helfen. So vielen wie möglich. Genau, darum sammeln wir ja Daten, um neue Leitlinien für gewisse Voraussetzungen zu entwickeln und echt Menschen helfen zu können. Jürg, die letzte Frage für wer ist Jürg Hösling? Was würdest du sagen, sind deine Schattenseiten, deine schlechten Eigenschaften? Stur hast du ja schon erwähnt, aber ich glaube, wenn du dir dein Leben so kreierst wie du, ist es eine Stärke. Genauso wie wir auch unser Umfeld und unser Leben kreieren können zu unserem Nachteil. Was würdest du sagen, würdest du noch am liebsten an dir ändern oder sagst, ah ja, das ist meine Schwäche, sage ich mal als Beispiel Schokolade. Das sehen ja viele Leute als Schwäche, ich nicht, aber was würdest du sagen, fändest du noch gut? Da gibt es, ich glaube, einen Menschen, der hier sagt, ich habe keine, der ist viel schwierig. Der hat eine. Ich habe ganz viele. Sicher meine Ungeduld, das ist etwas, was mir auch, macht es mir mit meinen Mitarbeiterinnen nicht immer so einfach, weil ich bin im gleichen Takt halt viel schneller als die meisten und dann fordere ich sehr, sehr viel. Diese Ungeduld ist manchmal auch schwierig, aber darum bin ich froh, wenn ich mal ein bisschen weg bin von den Leuten, weil das macht, dann können sie wieder durchatmen. Sicherlich auch, ich habe Schwierigkeiten mit Kundinnen und Kunden, die keine, die nicht wollen. Da fühle ich mich heute. Ich habe lange Jahre. Ausgebremsen. Ja, ich bin heute der Meinung, das habe ich von meiner sehr geschätzten Kollegin Janett, sie hat einen Satz, also sagt sie, mach nur so viel für den Mensch, wie er für sich selbst macht. Und das muss ich einfach wirklich sagen, das ist stimmig. Also ich gebe meine Lebenszeit, um Menschen zu helfen, wollen sie sich selbst nicht helfen, warum soll ich das tun? Und ich glaube, das ist manchmal auch nicht ganz einfach, wenn ich das nicht nachvollziehen kann. Also mit mir können wirklich nur Leute arbeiten, die wollen. Das ist schon. Ja. Aber wir haben ja ein ganzes Team, mittlerweile sind 16 Mitarbeiter, die eben auch auf Menschen ganz anders eingehen können. Und dann glaube ich, bin ich ein Mensch, der, und das ist vielleicht das Letzte, was ich habe mich in meinem ganzen Leben viel mehr um andere als mich selbst gekümmert. Ja, das scheint so auch schon, wenn du beschreibst, was dein eigentliches Ziel ist. Ich meine, ja, das ist halt der Preis oder die Kehrseite der Medaille. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, du musst dich entscheiden, was willst du in deinem Leben? Willst du etwas erreichen, was der Allgemeinheit gut tut? Oder willst du für dich halt irgendein Leben haben mit einer perfekten Oase? Und ich glaube aber auch, darum mache ich in der Auszeit für mich, es ist jetzt Zeit, ein bisschen zurückzulehnen. Ich habe die besten Mitarbeiter dieser Welt ganz, ganz tolle Leute um mich jetzt schauen können. Das heisst, ich kann jetzt ins zweite Glied zurücktreten und ihnen die Verantwortung abgeben, weil ich eben auch wirklich weiss vom Innersten, dass es jetzt gut kommen kann mit diesen Leuten. Das heisst, ich werde natürlich da sein, aber ich werde deutlich zurücktreten, um jetzt mir mal auch ein anderes Leben zu geben. Wenn ich in zwei, drei Jahren sterben würde, dann möchte ich immer noch zurückleben und sage, okay, ich habe nur statt 300 150 Jahre gelebt. Ich arbeite oder lebe so intensiv, aber ich möchte jetzt auch meine Lebenszeit genießen für mich selbst. Das finde ich super, weil wie gesagt, wenn ich es jemandem gönne, dann dir, ich verfolge dich jetzt schon seit Wir beide gönnen es jedem, ja. Nein, aber das ist auch Mut, was du dafür brauchst, weil einerseits, wenn ich dich richtig noch einschätzen kann, bist du sicher auch ein sehr perfektionistischer Mensch und dass du Vertrauen hast in deine Mitarbeiter, ist etwas, was ich jetzt gerade auch an mir reflektieren kann, weil ich war immer eine One-Man-Show. Jetzt habe ich dir auch schon beim Reinkommen gesagt, ja, ich bin jetzt nicht mehr alleine, habe ich hier meine zwei Helfer. Wir arbeiten wieder in einem Team, was ich früher nie mir vorstellen, was ich mir nie hätte vorstellen können und das ist eine, das ist etwas, was du aus einer Komfortzone rauskommst, weil das, wenn du es dann gemacht hast, merkst, wie gut das ist. Aber, ja, bis man es macht, bis man dann das Vertrauen hat, dass es jemand anders auch machen kann, dass man sich auf andere verlassen kann, dass man vielleicht doch ein bisschen zu dickköpfig ist oder zu nicht geduldig, ungeduldig, das braucht dann schon Mut, sich zu verändern. Ja, und ich bin und werde, solange es mich gibt, immer die Lokomotive sein, aber nur die Lokomotive und schlussendlich war ich jetzt der Zug und die Lokomotive lange und ich glaube, wenn eine Idee grösser werden soll als die Lokomotive selbst, dann musst du einfach mal zurücktreten und ich möchte, dass das Ganze zu wachsen beginnt ohne mich und darum darf ich das nicht kontrollieren oder dominieren, das wäre völlig falsch. und eben diese Sturheit, dieser Perfektionismus, ich glaube, das ist das, was ich eben auch jetzt mal kleiner werden lassen muss, um auch anderen Menschen hier Platz zu lassen. Der letzte Punkt, den ich hier noch mit dir besprechen wollte, heute im Podcast, weil ich finde es ja mega toll, auch vom Timing her, dass ich dich nicht dann angefragt habe, wo du dir die Auszeit schon genommen hast, als Unternehmer, du hast es jetzt schon auch ein bisschen angesprochen, in anderen Worten, aber natürlich musst du auch mal vom Selbstständigen in die Rolle des Unternehmers gehen, du musst dein Unternehmen so wachsen lassen, dass das Unternehmen auch ohne dich funktionieren kann. Eine relativ persönliche, aber eigentlich nicht so persönliche Frage ist, wie hast du als Wissenschaftler, als Diagnostiker, wie hast du dich in der Rolle als Unternehmer, also wann hast du dich in der Rolle als Unternehmer angesehen? Weil viele haben ja auch das Problem in der Gesundheitsbranche, sie sind sehr, sehr gut im Fach, sie sind sehr gute Berater, ich habe unglaublich gute Coaches kennenlernen dürfen, aber sie waren, fast, tut es mir leid, aber miserable Unternehmer, Geschäftsleute, also Geschäftssinn null, Verkaufsinn hatten sie auch keinen und über Finanzen muss ich mich auch selber an den Haaren ziehen. Meine ersten fünf Jahre als selbstständiger Coach, da hätte ich lieber ein BWL-Studium angefangen oder wenigstens ein paar Kurse belegt. Wie hast du es geschafft, dich als Unternehmer auch wahrzunehmen und zu sehen, hey, das ist nicht nur eine Mission, eine schöne, es ist wirklich auch eine wirtschaftliche, sinnvolle Investition an Zeit und dann Geld? Das ist ganz einfach. Ich habe zuerst mal ein Unternehmen in den Sand gesetzt, da bin ich rausgekommen, ohne, dass ich jetzt einen Schuh voll rausgezogen habe und dann habe ich einfach gesagt, okay, so geht es nicht mehr. Dann war mir klar, zuerst die Basis muss bestehen, dann müssen Menschen her, die eben mit dir das Ganze weiterziehen und dann muss eine skalierbare Größe her und das ist die Software. Und wenn du beides, alle diese Punkte hast, plus noch eine Schule, die haben wir ja auch seit einigen Jahren, bilden wir die Leute aus, wenn du alle, das heisst, du baust dir die neuen Mitarbeiter selbst, natürlich nicht nur ich, sondern unsere Dozenten, du hast verschiedene Standorte und dann hast du eine Software. Dann, das war klar und jetzt sind wir soweit, die Software wird jetzt noch einen Schritt weiter, bis Ende Jahr weiterentwickelt, dann haben wir ein komplettes Produkt. Und dann ist klar, dann ist eine grosse Eskalierung innerhalb von ganz kurzer Zeit möglich, weil das, was wir momentan machen, ist das, was am weltweit weitesten entwickelt ist in der Ernährung. Das heisst, wir sind im richtigen Bereich, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Idee und dann werden Investoren automatisch kommen. Und das Ganze ist ja aufgebaut aus eigenen Mitteln und wir sind doch an einem Punkt, an dem wir sehr stolz auf uns sein können und dann werden wir auch mit diesem Wissen und dieser Leidenschaft, aber auch mit einer Vision, werden wir die richtigen auch Geldgeber, so insofern wir die dann brauchen, und Investoren werden wir automatisch anlocken und ich mache mir da keine Gedanken. Also da habe ich schon zwei, drei im Petto, wir werden das anschauen und darum, aber ich, ganz ehrlich, du sagst es richtig, ich habe 16 Jahre, habe ich wie im Kindergarten, habe ich herumgedoktert an mir selbst und habe irgendwie Geld rausgegeben, aber ich war nie ein Unternehmer, ich habe einfach gearbeitet und das wäre eben in unserer Branche oftmals viel, viel gescheiter, wenn hier noch mehr auch als Unternehmer gedacht wäre. Oder du baust etwas in Start-up auf und dann muss es dann fliegen. Ja, also auch wie bei dir in der Ernährung ein System schaffen, wo man einfach erfolgen muss, bis man es versteht. Und dann kann es im Hintergrund laufen. Ja, und darum sind auch diese Multi-Level momentan, diese Nahrungsergänzungen, so genau. Ja, aber das ist, weil unsere Branche so schlecht arbeitet. Ganz genau, also ein selbst kreiertes Problem. Richtig, absolut. Finde ich spannend, dass du das gerade ansprichst. Ich will gar keinen Namen nennen, weil ich will relativ auch offen hier sein für alle Meinungen, aber ich bewundere immer deine Direktheit im Instagram, wenn du gegen diverse Marken vorgehst oder auch Supplemente reviewst. Ich finde das immer spannend, weil es ist tatsächlich so, dass die Leute, die ich kenne, sich das gar nicht mehr fragen. Sie fallen auf das Marketing ein, herein, sie kaufen Produkte, die sie gar nicht benötigen, aber sie kreieren sich selbst ein Problem und sagen, wow, eventuell brauche ich das ja wirklich, das neue Produkt. Und das ist halt, wenn wir schauen, in was für eine Branche wir eigentlich arbeiten, sollte unsere Branche die ehrlichste Branche sein überhaupt, weil es geht um die Gesundheit, es geht um das Leben, was wir uns kreieren können oder auch kastrieren können. Wenn ich mir jetzt ehrlich vorstelle, was ich jetzt weiss, wo ich meinem 18-jährigen da die Frage am Anfang hätte sagen können, mit 18, mit 20 oder mit 25 als junger Sportler weiss man nichts. Das ist spannend, das ist erschreckend, aber auch spannend. Und genau das sind dann die Leute als Zielgruppe, wo sich Multilevel-Marketing-Firmen in der Fitnessbranche als Ziel gesetzt haben. Manchmal denke ich, wie du das vorher gesagt hast, bevor ich mit dem Interview angefangen habe, es ist nicht so lohnenswert und darum geht man wirklich vom Sport, von diesem Fitness-Hype gerne mal weg, wenn man das mal durchschaut hat. Ich bin vorher noch mal bei der Frage stellen geblieben, was würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen? Ja, gerne. Ich glaube, ich würde die genau gleichen Fehler noch mal machen. Ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben, aber ich habe sie alle mit Inbrunst und Wohne habe ich sie gemacht und ich habe sehr viel daraus gelernt und ich glaube, das ist das eben auch, was in dieser ganzen Branche eben auch manchmal schwierig ist. Du hast ja nie eine Kontinuität von Trainern. Du siehst nie einen 50-, 60-jährigen Trainer, der auch ein Ansehen hat, weil die meisten scheiden dann aus, wechseln die Branche und so kann sich keine Kultur ergeben. Wir haben in der Fitnessbranche keine Kultur im Sinne von auch Respekt, sondern jeder, der beginnt, hat das Gefühl, ich bin schon wieder der grösste Neid. Das ist schade, weil miteinander ist besser als gegeneinander und hier habe ich auch einige Fehler gemacht, dass ich zuerst begonnen habe, meine Blogs zu schreiben. Da habe ich viel geschossen gegen andere. Das habe ich aber auch oft jetzt geändert, weil ich einfach sagen muss, wir müssen miteinander diese ganze Branche verbessern. Aber die Leidtragenden sind am Schluss die, die überhaupt nicht in der Branche drin sind, sondern die Kunden. Ganz genau. Meine genau gleiche Analyse von mir selber, hast du gesagt. Spannend. Ich finde es immer wieder herrlich, wenn man sich nach Jahren wieder sieht und man sieht, hey, wo stehst du im Leben, wo stehe ich im Leben, gut, und auch die Erfahrungen, die man macht, weil das ist, wie du es gesagt hast, ändern würde ich nichts. Vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein, dass ich ein paar Fehler nicht immer wieder wiederhole. Aber sonst ist es schon schwer. Also, wenn man nicht die Fehler macht, kann man nicht aus den Fehlern lernen. So habe ich es, habe ich es glaube ich auch für mich als Zusammenfassung. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema. Wenn du nichts noch hast oder Fragen oder sonst oder Fragen von unseren Membern. Wir haben ja immer den Luxus, dass wir den Gast schon vorher wissen, bevor wir hier kommen. Das wäre auch nicht schlecht, wenn es anders wäre. Spontan sind wir auch mal. Aber sie haben die Zeit gehabt, die ein paar Fragen zu stellen und diese Fragen sind einfach eigentlich alltägliche Fragen. Die erste Frage ist natürlich, was kann ich machen für meinen Mikrobiom? Die Frage wurde so gestellt. Kannst du interpretieren, wie du willst, aber warum? Nein, das ist, finde ich, eine sehr tolle Frage. Es ist natürlich eine sehr weite Frage. Sicherlich, wenn die Person jetzt vor allem Krafttraining macht, bitte mach mal ein Schwellentraining. Das heisst, nicht komplett dich ausbelasten, aber in einen hohen Pulsbereich gehen, weil der Herzmuskel will gestärkt werden, Sauerstofftransport zu dem Körper. Da brauchst du nicht unbedingt ein Pillchen. Aber wenn, kannst du auch mal einen Probiotika nehmen. Aber die Basis bildet, weniger Stress. Wenn jemand zu viel trainiert, dann hat er eben mehr anaerobe Prozesse. Dann sind dann eben auch die schlechteren Darmbakterien erhöht. Dann kannst du noch so viele Pillchen nehmen. Das funktioniert dann einfach nicht. Das heisst, sicher auch eine Trainingsbalance mit Regeneration und ab und zu ein Schwellentraining. Weil das wäre sonst diese Falle gewesen von Symptomatik gegen auch die Ursache. Man bekämmt die Symptome, aber nicht die Ursache. Ganz genau. Dann, die Frage hast du sicher schon tausendmal gehört. Was ist die beste Diät? Die du nicht machst. Sehr gut. Eine Diät ist einfach nur dumm. Wieso will ich meinen Körper betrügen und kalorieren? Ich muss ihm so viel geben, dass er eben Spass daran hat. Dann will ich ihn nicht überlasten, weil dann geht eben auch die Nährstoffe in die Zelle rein. Das heisst, ich darf keine Diät machen, muss einfach meinen Körper immer fördern, mehr fördern, fitter zu werden. Und dann habe ich dann eben auch mal Sixpack und kein Körperfett. Aber ich darf nicht weniger essen. Genau. Das hast du auch schon mal gesagt. Du willst deinen Körper verhungern lassen, aber verlangst von ihm gleichzeitig, dass er Höchstleistung bringt. Richtig. Das ist unmöglich, ja. Ich habe das Beispiel mit dem Auto gemacht. Du tankst ja auch vorher, bevor du fährst und nicht nachdem du gefahren bist. Du hast einen Mitarbeiter, das ist dein Körper. Der einzige ist der im Grab, bist du im Grab. Aber den willst du aushungern. Also wie krank ist das denn? Ja. Wären wir schon wieder bei der Frage, warum sind wir zu anderen netter als zu uns selber? Ich mache das Beispiel manchmal bei den Kunden. Hey, stell dir einfach vor, du hast eine Tochter oder einen Sohn. Was würdest du ihnen empfehlen in der gleichen Situation wie dir? Und manchmal würden wir uns vorstellen, hey, wenn ich einen Sohn hätte, eine Tochter, du empfiehlst ihm ja nicht, das zu machen, was du jetzt gerade vorhast zu machen. Das ist spannend, weil für uns selber machen wir, oder für den Hund, ich habe ja jetzt auch einen Hund seit drei Jahren, man gibt jeden Rappen aus, ohne zu hinterfragen für die Gesundheit, Tierarztrechnung, bestes Futter, aber für sich selbst, na, vielleicht kann ich da noch sparen. Das ist schon interessant, wenn man sich das selber fragt. So, nächste Frage. Rapsöl ist nicht gut. Stimmt das? Also man muss es wirklich, also Rapsöl hat überhaupt nichts Negatives, genau, auch Sonnenblumen und Öl sagt man immer, ganz viel Omega-6, hat dafür aber ganz viele Polyphenole, Vitamin E. Die Frage ist, du wirst ja nicht einen Liter Öl trinken. Wofür brauchst du es? Ja, also, verschieden, wichtig, natives Öl, Rapsöl ist absolut okay, es hat halt mehrfach umgesättigte Fettsäuren ein bisschen mehr, sollte man vielleicht, und das ist wohl die Frage, nicht damit kochen. Sehr gut, ja. Weil sonst werden diese eben dann auch gehärtet, das sind dann Transfette und das, dann würde ich dann eher mit Kochbutter oder dann ein Olivenöl. Das wäre eigentlich die nächste Frage gewesen, welches Öl eignet sich am besten zum Braten? Ich habe immer empfohlen, entweder Avocadoöl oder Kokosnussöl, was hältst du davon? Ja, tip top. Aber Olivenöl? Olivenöl geht auch, weil es ganz wenig mehrfach umgesättigte Fettsäuren hat, durch das haben wir keine Transfette und es ist sehr hoch erheizbar, überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage, die muss ich ein bisschen so abkürzen, weil sonst fängst du wieder an, ganz passionately über die Ernährung und für das komme ich sehr gerne ein anderes Mal. Aber du hast ja auch schon ein Selbstexperiment gemacht und warst für ein paar Wochen oder Monate vegan unterwegs. Ich habe mich jetzt leider nicht wirklich, ich habe mich nicht für ein paar Wochen vegan ernähren können, aber ich habe es angefangen letztes Jahr, weil Lockdown, was will man machen, Selbstexperimente. Ich habe es spannend gefunden, ich habe mich nicht gut gefühlt. Deine Erfahrung bitte mit der veganen Ernährung als Person, nicht wie gesagt, wir wollen niemanden seine ethischen Gründe, warum er sich vegan ernähren möchte oder sonst, sondern einfach deine Erfahrung als Veganer, du hast selber gekocht, hast gesagt, alles wirklich so umgesetzt, nach besserem Wissen und Gewissen. Mit Hochkurs und Darm, absolut. Also ich habe das, ich gehe ein Thema an, ich habe ein halbes Jahr Ketogene Ernährung gemacht, ich gehe wirklich absolut perfekt an, mit allem Abwiegen und so weiter, weil ich will ja, dass das perfekt funktioniert. Ich habe damit begonnen, habe parallel dazu auf dem Rad viel trainiert, im Krafttraining habe ich trainiert, zum Beispiel im Latzug habe ich 40% weniger Leistung innerhalb von kurzer Zeit gehabt. Wow. Und das war unglaublich, ich habe so viel Kraft verloren. Die Ausdauerfähigkeit ist aber explodiert. Ja. Das ist richtig toll gewesen. Habe aber dann gemerkt, dass ich immer dünnhäutiger werde. Also meine Mitarbeiterinnen insbesondere haben gesagt, so ist es mal wieder was Richtiges. Und ja, mir hat vom Kulinarischen her nichts gefehlt, weil es ist so gutes Essen, aber nach einer gewissen Zeit merkst du, irgendetwas fehlt. Und es ist nicht die Geschmacksrichtung, du hast ja tolles Essen, auch wenn du mal irgendwie in ein Restaurant geht. Aber dann bin ich irgendwann mal in ein Mikro gegangen und habe jemanden gesehen mit Landjäger. Du kennst den, Ja, natürlich. Ich hätte diesen Menschen erwürgen können und diese Landjäger nehmen können. Und mein Nachbar ist Bauer, ich hätte einen Ring schlachten können und das ausweiten. Ich habe wirklich so Lust gehabt auf das. Und dann habe ich gesundheitliche, schwere gesundheitliche Probleme bekommen, weil nach drei Monaten ist ein Schub von Rheumateur der Arthritis gekommen. Ich habe massive Probleme mit meinen Fingern gehabt und habe gesagt, jetzt breche ich das Ganze ab. Spannend, dass du das gerade ansprichst. Ich habe für die Vorbereitung eines Podcasts letztes Jahr mit einem guten Freund von mir, er ist auch Doktor in der Chemie, haben wir einen Podcast vorbereitet und haben uns über die Carnivore Ernährungsweise schlau gemacht. Da haben wir auch sehr viel Evidenz gefunden, die für Arthritis angewendet wird, also Carnivore Ernährung, auf Patienten, die Arthritis vorzeigen. Also da hast du dich schon mit der Carnivore-Diät auch schon ein bisschen befasst? Ja, schon. Aber die Frage ist wirklich, dieses Interaktive, es ist zu wenig klar. Es geht um Stoffwechselgeschehen und für mich ist es klar, anaerober Stoffwechsel ist immer schlechter geworden, Ausbelastungsfähigkeit immer schlechter. Das heisst, auch in den Fingern, ich habe das genetisch, ist das einfach so bei mir, dann habe ich immer, immer mehr Entzündungsgeschehen gerade in den Gelenken gehabt. Das ist einfach bei einer veganen Ernährung so. Das kann man nicht wegdiskutieren. Generell ist es aber so, ich habe natürlich diesen Versuch, haben wir auch mit ganz vielen Daten, können wir ja zeigen. Spannenderweise für Frauen viel Positives. Bei Männern haben viele nach relativ kurzer Zeit eine erhöhte Emotionalität. und das braucht jetzt noch tausende Daten mehr, um mehr zu sagen. Für mich, ich muss das ganz ehrlich sagen, es war ein absolut spannendes Erlebnis und ich koche gerne immer auch zwischendurch vegan. Ich esse nicht mehr so viel Fleisch wie früher. Ich glaube, man wird auch ein bisschen bewusster. und ich finde das toll. Also ich finde, auch sich darüber Gedanken machen, finde ich absolut wichtig und richtig. Aber ich merke einfach, für mich ist es nicht das Richtige. Genau wie du sagst, genau das Gleiche. Es ist nichts für mich. Ich würde meinem Körper schaden, wenn ich das so durchziehen würde. Spannend. So, dann wären wir eigentlich schon am Ende. Weil, wie gesagt, das wäre noch die Frage gewesen, Carnivore, vegan oder ketogen. Aber es geht immer weiter wieder in die Schubladisierung von der Ernährung. Aber es ist spannend auch. Ja. Weil, wir haben ein kleines Beispiel. Kleines Herz, grosses Mensch. Das heisst, jetzt nehmen wir eine Tomate. Kleines Herz-Kreislauf-System, viel Masse. Das kann nicht funktionieren. Kleiner Motor und Lastwagen kommt nicht vom Fleck. Aber genau dieser Mensch muss weniger Eiweiss nehmen, mehr Kohlenhydrate. Dem Menschen eine vegane Ernährung mit Teilzeitfasten. Perfekt. Hast die gleiche Person plötzlich ein grosses Herz-Kreislauf System bekommen, braucht sie eine komplett andere Ernährung. Das heisst, du kannst dich erinnern an die Aussage vorher vom Ingenieur. Ja. Jede Ernährung macht Sinn für gewisse Menschen. Und gewisse Situationen. Ja. Und darum gibt es immer wieder Trainer, Trainerinnen, die eben zeigen können, es hat auch funktioniert. Weil mit gewissen Voraussetzungen funktioniert es eben perfekt. Aber für andere eben nicht. Und das ist das, was wir aufgeschlüsselt haben. Darum eine ganz spannende Idee. Also für mich auch wichtig, ich habe gemerkt, dass wirklich alle ein bisschen Recht haben in der Ernährung. die entscheidende Frage ist, bei wem? Ja, ich glaube, wir können auch den Podcast wirklich in einem positiven Licht so auch beenden, weil du hast schön gesagt, es ist nicht jemand, ein Idiot, der eine andere Meinung hat, die widerspricht, das was du jetzt auch gesagt hast. Vor ein paar Jahren, da muss ich auch ehrlich sein, hätte ich wahrscheinlich gesagt, aber nee, du bist eher der High-Carb-Type, alles andere hast du ein bisschen gegen die geschossen. Aber es ist auch vielleicht Verständnis, was mir da gefehlt hat, aber ich war von der Ecke, ich bin von der Ecke gekommen, Low-Carb. Zucker ist Gift, Fructose ist Gift und in dieser Welle, wo ich da geritten bin, wo ich da mit Informationen überschüttet worden bin, hätte ich auch wirklich gedacht, boah, es ist so, also es ist so eindeutig, Fructose, chemisch fast gleich wie Alkohol und es gärt im Magen und es schädigt das Hirn und die Leber, also all die Dinge, die ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen vermischt habe, aber all die Dinge haben mich so erschrocken und da kommen diese Meinungen, die du da bilden kannst, wo du dann nicht mehr hinterfragst. Ich glaube, das ist menschlich, wir haben eine Meinung und wir hinterfragen dann nicht mehr, aber es ist viel bequemer dann, dass wir die Meinung vertreten und dann suchen wir noch weitere Argumente, um die Meinung noch stärker aussehen zu lassen und ja, um positiv den Podcast zu beenden, ich glaube, das Ziel dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Mit der Ernährung haben wir ein Tool, das Leben des Menschen zu bereichern, zu verbessern, leistungsfähiger zu werden, besser, schneller zu genesen, besseren Schlaf zu erhalten und das Leben zu genießen. Wenn das mit der Ernährung möglich ist, weitermachen. Wenn nicht, muss man es ändern und egal, wie die Ernährung dann aussieht. kann ich das so stehen lassen? Das ist ein perfektes Schlusswort. Zum Glück haben wir es aufgenommen, weil ich hätte es jetzt aus dem Gedächtnis nicht mehr gekonnt. Nee, Jürg, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin mega gespannt. Nächstes Jahr wird es dein Jahr. Da werden wir dich auf Instagram auch folgen und hier blenden wir noch seinen Account ein, Facebook, Instagram, was ist sonst noch irgendwo? Nein, TikTok noch nicht. TikTok noch nicht. Tanzvideos machen wir nicht zu alt. Mal schauen. Also, bleibt gespannt, schaut rein beim Jürg und wir verabschieden uns. Jürg, du musst dich auch noch verabschieden, das machen wir an JFP TV so. Schaust zur Kamera und sagst Just feel powerful. Just feel powerful. Just feel powerful.